Hallo miteinander, hier ist wieder euer Wettermelder. Am Samstag gibt es auf der Oststadt einen Mix aus Sonne und dichten Wolken. Die Spitzenwerte reichen maximal 16 bis 18 Grad. 16 Grad waren es in Neeresheim und Popfingen, 17 in Aalen und Ellwangen und maximal 18 Grad gibt es rund um Schwäbischmund. Am Sonntag ändert sich wettertechnisch kaum was. Es wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab. Ganz vereinzelt kann sich aber ein oder andere kurze Regenschauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt um bzw. bei knapp über 15 Grad. Schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo.